Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Python Let's Codes. Letztes Mal haben wir uns mit FTP beschäftigt. Dieses Mal wird SFTP drankommen. Jetzt erstmal, warum habe ich letztes Mal FTP gezeigt? Nun, wir haben ja damals kennengelernt, mit dem File Transfer Protocol kann man unkompliziert eigentlich Dateien übertragen. Und das ist auch tatsächlich so. Mit FTP kann man wunderbar Dateien übertragen, haben wir letztes Mal gesehen. Problem dabei ist natürlich nur, es ist nicht verschlüsselt. Deswegen gibt es SFTP, also Secure File Transfer Protocol. So, das Ding ist jetzt allerdings natürlich trotzdem, wenn man FTP noch benutzen möchte, kann man das durchaus tun. Und vor allem in lokalen Netzwerken geht das sehr, sehr gut. Also viele NAS-Systeme bieten immer noch kein SFTP an, weil man da natürlich sehr viel Key-Infrastruktur bauen muss erstmal. Und recht viele Prozesse laufen lassen muss, was NAS-Systeme oftmals einfach nicht wollen. Das heißt, gerade im lokalen Bereich ist eher FTP verbreitet. Während, wenn ich jetzt auf einen Server Dateien übertrage, also zum Beispiel das Backup von unserem Server kopiere, dann brauche ich natürlich SFTP. Und SFTP ist natürlich Secure in dem Sinne. Das heißt, es geht auch nicht über das File Transfer Protocol FTP, sondern eigentlich genau genommen geht es über technisch gesehen das SSH-Protokoll. Das heißt, da wird FTP gar nicht mehr verwendet wirklich. Okay, was heißt das jetzt? Naja, heute machen wir SFTP, das heißt die ganze Sache in sicher. Allerdings baut das auf dem Wissen, naja, nicht unbedingt auf. Es funktioniert allerdings ein bisschen komplizierter und nicht so easy, sage ich jetzt mal, wie normales FTP. Denn ihr müsst für die Schlüssel sorgen. So, ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr Paramiko verwenden und einmal könnt ihr PySFTP verwenden. Paramiko ist sehr low-level und relativ direkt an der Struktur dran, wird aber super verwaltet und alles drum und dran. Ist aber natürlich noch ein bisschen mehr Aufwand und schauen wir uns deswegen beim nächsten Mal an. Heute geht es um PySFTP, eine Bibliothek, die eigentlich schon seit einigen Jahren tot ist, also nicht mehr weiterentwickelt wird, aber trotzdem immer noch ziemlich gut funktioniert. Es gibt ein paar kleinere Fehler auf verschiedenen Systemen. Also zum Beispiel unter Windows hat man mit PutR ein paar Probleme, aber das meiste funktioniert. Wenn was nicht funktioniert, müsst ihr halt auf Paramiko umsteigen. Aber wie gesagt, für die allermeisten Backup-Skripte oder sowas funktioniert PySFTP auch normal. Und PySFTP setzt auf Paramiko drauf quasi eine Schicht, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird. Weil Paramiko teilweise schon ziemlich schwer ist oder komplizierter ist, als es sein müsste. Und PySFTP macht das eben leichter. Deswegen benutzen wir heute das. So, das heißt, ihr müsst jetzt erstmal PySFTP installieren. Dazu gehen wir ins Terminal und da habe ich schon vorhin was aufgenommen. Nicht wundern, ich mache das nochmal kurz weg. Und wir installieren über pip install PySFTP, installieren wir das ganze Zeug. In meinem Fall wäre das pip 3.8, aber ihr könnt auch einfach benutzen, was auch immer ihr gerade verwendet. Und wir sehen eben bei mir schon mal, ja, Pip installiert auch natürlich PySFTP, aber Paramiko wird im Hintergrund gleich mit installiert und ich sollte mal wieder pip upgraden. Ja, ich weiß. Okay. So, wenn wir jetzt das Ganze starten, habt ihr PySFTP soweit installiert. Das heißt, ihr könnt das auch verwenden, Import PySFTP. Und ihr könnt eine Verbindung aufbauen mit folgendem. Ihr könnt sagen, PySFTP.Connection und hier gebt ihr dann natürlich euren Host an, also Hostname. Dann könnt ihr euren Port angeben. Normalerweise 22, muss aber nicht unbedingt auf 22 liegen. Dann Username könnt ihr angeben, müsst ihr angeben, besser gesagt zum Beispiel Morpheus. Und dann habt ihr hier mehrere Möglichkeiten. Und hier möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Wir können die Möglichkeit verwenden, das Passwort zu verwenden, zum Beispiel Password. Das ist die Variante, die man eigentlich ausschalten sollte. Ich habe gerade schon vorhin erzählt, wir reden hier nicht mehr über FTP-Protokoll, sondern wir reden über SSH eigentlich, das Dateien hin und her transferiert über ein spezielles Protokoll. Das bedeutet, über SSH solltet ihr eigentlich in den allerseltensten Fällen Passwortfreigabe aktiviert haben, sondern solltet direkt auf einen SSH-Key gehen. Das bedeutet, es wird quasi der Schlüssel von allen Leuten, die sich verbinden dürfen, drauf kopiert. Und anschließend sind halt nur noch genau diese Leute erlaubt. Das heißt, ihr müsst hier eigentlich in den meisten Fällen einen Private Key angeben. Ich lasse das jetzt mal trotzdem so, denn es gibt auch natürlich öffentliche FTP-Server, die man einfach so verwenden kann. Es gibt allerdings nicht allzu viele davon. Wir machen hier tatsächlich mal eine kurze Demo und schauen uns mal den test.repx.net an. Der ist nämlich gratis im Internet verfügbar. Ich zeige euch allerdings nachher noch ein Beispiel von anderem. So, und ja, jetzt haben wir eigentlich schon eine Verbindung, die wir noch verwenden müssen. Ich zeige euch jetzt hier auch noch einen kurzen Trick, den ich ganz geil finde. Und zwar mit With könnt ihr das Ganze quasi nur hier in diesem eingerückten Bereich zugänglich machen. Das heißt, wenn das With vorbei ist, sprich, wenn es nicht mehr eingerückt ist, also hier Code und hier unten nicht mehr Code, dann wird hier automatisch in diesem Schritt die Verbindung beendet und ihr müsst euch da nicht drum kümmern, dass die aufgelöst wird. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache und deswegen empfehle ich das immer ganz gerne. So, jetzt das Einfachste, was ihr machen könnt, ist erstmal zu gucken, was gibt es denn eigentlich in unserem aktuellen Verzeichnis für Dateien. Das machen wir über SFTP, weil wir die Variable SFTP genannt haben, Punkt List Der. So, wenn ich das jetzt ausführe, es sieht erstmal super einfach aus, es geht gleich noch ein bisschen komplizierter. Sagen wir einfach mal, ich möchte das ausführen. Dann sehen wir hier, ups, ich habe einen Fehler bekommen. Und das ist ganz logisch, denn wir haben hier einen Paramiko-Fehler, Punkt SSH Exception, NoHostKey vor HostTest.rebex.net gefunden. So, was das bedeutet, ist folgendes. Ihr müsst diesem Host erstmal vertrauen. Und jetzt gibt es hier ein paar Schlaumeier, die meinen, das kann man ja einfach ausschalten über die CN-Opts. Nein, einfach nein, okay? Das macht man nicht, weil dann habt ihr eine supergeile Angriffsfläche für Man in the Middle geboten. Deswegen auf keinen Fall, wenn ihr schon SFTP benutzt, dann müsst ihr es auch richtig machen. Ansonsten könnt ihr auch gleich auf FTP umschalten. Deswegen, was wir machen ist, wir bauen uns quasi eine Datei mit Hosts, die glaubwürdig sind. Das heißt, mit Host-Keys, denen wir vertrauen. Im besten Fall habt ihr die direkt von dem Server-Administrator erhalten, weil, ja, normalerweise braucht man die einmal oder halt so oft, wie sich der Schlüssel ändert. Aber das sollte hoffentlich nicht allzu häufig der Fall sein. Und wenn ihr wirklich eine sichere Umgebung wollt, dann bekommt ihr den vom Host, also quasi vom Administrator gesagt, ey, schau mal, das ist der Fingerprint vom Schlüssel. Und den tragt ihr dann ein. Jetzt, wie tragen wir den ein? Nun, wir machen das folgendermaßen. Wir bauen uns eine neue Textdatei und die nennen wir Known Hosts. Die muss nicht so heißen, aber das ist so der normale Name dafür. Und die machen wir jetzt einfach erstmal auf. Ich füge die auch hinzu. Ich werde auch den von Rebexnet drin lassen, damit ihr auch gleich eine Verbindung aufbauen könnt. Und wir bauen uns das hier drin ein. Das machen wir nachher direkt rein. Und sagen hier, wir nennen das cnOpt, also quasi die Option oder Connection Options. Warum der komische Name? Na ja, ganz einfach, weil PIS FTP das genauso genannt hat. Also .cnOpt, das ist genau deren Name, deswegen nennen wir das so. So, hier geben wir über Known Hosts ist gleich, geben wir eine Datei an. Und das ist natürlich die Known Hosts Datei. Die brauchen wir als Path und fügen den mal hier ein. Wunderbar. Und dann müssen wir es hier noch in unsere Verbindung eintragen. Das heißt, cnOpt, also die Connection Option ist gleich Connection Option. Also die Dinger hier, die wir gerade erstellt haben. So, damit haben wir zumindest mal die Datei eingebunden als Known Hosts Datei. Da ist jetzt aber logischerweise noch nichts drin. Das heißt, es wird immer noch ein Known Hosts Key, also immerhin haben wir mal eine andere Exception. Aber wir haben immerhin natürlich noch keinen Known Hosts Key, weil wir noch keinen eingetragen haben. Wer hätte es gedacht? So, für solche öffentlichen Server muss man halt darauf vertrauen, dass jetzt gerade im Moment keiner die Verbindung abkabert. Ich zeige euch da gleich noch einen schönen Trick dabei. Aber wir müssen erstmal unsere Schlüssel sozusagen holen. Und dazu müssen wir in PowerShell oder das Terminal wechseln. Und ihr habt schon mitbekommen, ich arbeite gerade wieder mal unter Windows, weil ich gerade wieder von Meeting zu Meeting springe und meine Kamera immer noch keine Linux Treiber hat. Egal, lassen wir das Thema. Okay, also das heißt, wir gehen unter PowerShell und ihr könnt selbstverständlich auch unter dem Terminal arbeiten. Es geht in beiden Optionen. Und zwar haben wir hier jeweils, naja, es gibt eine Anwendung, die nennt sich SSH-Keyscan. Unter Linux einfach so, ohne irgendwas hinten dran. Unter Windows braucht ihr die .exe hinten dran. Und es ist im Endeffekt genau dieselbe Anwendung, nur dass unter Windows halt .exe hinten dran steht. Also wundert euch bitte nicht. So, und was wir jetzt machen ist, wir scannen damit, wie denn unsere Schlüssel, wie denn die öffentlichen Schlüssel eigentlich aussehen. Das ist kein Hacker-Tool. Ich will das nochmal kurz erwähnen. Das ist einfach nur ein, ich hole mir den öffentlichen Schlüssel, den sowieso jeder kennen sollte, von einer Webseite. In dem Fall von test.repx.net. Und da ich natürlich nicht irgendwie für alle Ports das haben möchte, mache ich hier ein Minus-P für ich möchte nur Port 22 haben. Hier könnt ihr euren Port eintragen, den ihr so oder so braucht. Also zum Beispiel, wenn ihr Port 1234 als SSH-Port verwendet, könnt ihr auch den hier eintragen. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das ist nicht so gut. Ist unbekannt. Sekunde. Ich bin einfach dumm. Ich habe gerade mal kurz nachgelesen. Es muss natürlich Test heißen, nicht Text. Test.repx.net. Und es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen. So, und dann haben wir diese komischen Dinger hier. Jetzt, was ist das, um Gottes Willen? Naja, das ist einfach der Fingerprint, also der Fingerabdruck von einem Schlüssel, den wir hier einfach eins zu eins... Ach, warum geht denn das nicht? Ich mag Windows einfach nicht so sehr, ne? Ach Gott. Komm, jetzt gib mir das. Ja, dankeschön. Okay. Also, was ist das? Naja, das ist der Fingerabdruck von dem Schlüssel. Das heißt, der Schlüssel kann gehashed werden und damit kann man quasi überprüfen, ob das derselbe Schlüssel ist in dem Fall. So, wir löschen die Zeilen mit dem Hashtag vorne dran raus. Das machen wir hier einmal weg. Die brauchen wir nämlich nicht. Das sind Kommentare. Ups, und das T sollte ich dran lassen. Habe ich hier auch Text geschrieben? Nee, ich habe hier Test geschrieben. Okay, wunderbar. So, und damit haben wir eigentlich schon alles. Damit haben wir quasi genau die Schlüssel, die wir brauchen. Wir speichern uns diese Known Host Datei und wir können uns verbinden und können das Directory auslesen. Und wir sehen hier ASP.NET Client.pup und readme.txt. Wunderbar. So, das heißt, wir haben hier tatsächlich alle Dateien, die wir irgendwie brauchen. Und ja, jetzt könnten wir theoretisch auch hergehen und Sachen runterladen. Das heißt, was wir hier jetzt machen können, ist folgendes. Und deswegen mag ich eigentlich PIS FTP ganz gerne, muss ich sagen, weil die halt wirklich sich ordentlich um die Funktion gekümmert haben. Wir können erstmal über PIS FTP, beziehungsweise eigentlich über SFTP, weil wir es so genannt haben, .get einfach uns eine Datei runterladen. Wir können hier angeben, wie diese Datei heißen soll. Wir holen uns jetzt mal die readme.txt. Und eine coole Sache hintendran. Es gibt eine Option, die nennt sich Preserve M-Time. Und die kann man auf True setzen. Standardmäßig ist sie, glaube ich, auf False. Wenn ihr das macht, dann ist die Modification Time, deswegen M-Time. Das Änderungsdatum sozusagen wird mitkopiert vom Host und lokal dann auch auf das gesetzt. Das heißt, die readme.txt hat am Ende dieselbe Änderungszeit wie die auf dem Host. Und dadurch kann man natürlich Änderungen sehr, sehr viel besser nachvollziehen, was ziemlich geil ist. Okay, wir machen das jetzt mal und lesen uns diese Datei aus. Und wir sehen, wo ist die readme.txt. Wir sehen sie auf jeden Fall hier schon irgendwo. Ich muss sie nur noch hier finden. Hier, die readme.txt. Wunderbar. You are connected to an FTP- oder SFTP-Server used for testing purposes by Rebex. FTP, bla 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 bla. Und so weiter und so fort. Ja, also das heißt, wir können Dateien runterladen. Wir können, was übrigens auch ziemlich cool ist, wir können ganze Verzeichnisse runterladen. Also .get-d. Damit können wir ganzes Verzeichnis runterladen, was natürlich für ein Backup mega gut ist. Achtung. Auch hier wieder, ihr ladet dann nur das Verzeichnis an sich runter. Nicht rekursiv. Das heißt, ihr geht nicht in die Ordnerstrukturen rein. Was ihr für euer Backup wahrscheinlich am meisten braucht, ist dieses get-R. Das wäre quasi, ich gehe in ein Verzeichnis rein und rekursiv lade ich mir alles runter, was da drin ist. Also quasi wirklich alles copy und dann paste. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, ich hätte ganz gerne das da und ich hätte ganz gerne einmal alles. Und das ist natürlich super praktisch, vor allem wenn man ein Backup macht, da muss man sich um relativ wenig kümmern. Das ist eine Zeile Code wirklich. Und ihr könnt hier einfach Verzeichnis A, also dir A angeben und quasi, oder dir Remote und dir Local. Könnt ihr quasi angeben. Und natürlich könnt ihr hier auch die Preserve M-Time setzen auf True, wenn ihr das wollt. Müsst ihr aber natürlich nicht. So, alternativ gibt es selbstverständlich wieder sfdp.put. Damit könnt ihr eine Datei hochladen. Put-D, damit könnt ihr ein Verzeichnis hochladen. Und put-R, damit könnt ihr rekursiv ein Verzeichnis hochladen. Das haben wir ja hier gerade gesehen. Also sehr, sehr komfortabel das Ganze. Ihr habt auch die Möglichkeit, Verzeichnisse zu wechseln mit .cd. Ihr habt die Möglichkeit, die Rechte zu ändern mit chmod und chown natürlich auch. Und ihr habt die Möglichkeit mit chdir. Wobei ich ehrlich gesagt chdir nie verwende, denn es ist eigentlich ein Synonym, also es ist wirklich derselbe Aufruf zu cwd. Könnt ihr das Current Working Directory ändern oder Change Directory wäre chdir. Das heißt quasi das Verzeichnis wechseln. Das haben wir ja im FTP-Tutorial auch gemacht. Damit könnt ihr quasi durch die Verzeichnisse durchlaufen. Und ja, eigentlich schreibt man das Ganze nur ein einziges Mal. Und dann kopiert man sich einfach normalerweise alles aus dem FTP- oder SFTP-Server lokal rüber im allermeisten Fall. Aber ihr könnt euch natürlich auch einzelne Dateien holen in verschiedenen Verzeichnissen. So, Liste haben wir schon kennengelernt. MakeDir gibt es auch selbstverständlich noch. Damit könnt ihr Verzeichnisse erstellen. Dann könnt ihr überprüfen. Das ist auch eine geile Veränderung. Ihr könnt mit isdir überprüfen, ob etwas ein Verzeichnis ist. Ihr könnt mit isFile überprüfen, ob etwas eine Datei ist. Ihr könnt mit exists überprüfen, ob etwas überhaupt existiert. Also ob ein Pfad existiert oder ob irgendwie was kaputt gegangen ist. Und das ist tatsächlich eigentlich schon das allermeiste, was ihr hier braucht. Jetzt habe ich aber vorhin eine Sache anklingen lassen. Und zwar, also jetzt nehmen wir einfach mal diese ganzen Sachen hier als gegeben an. Jetzt gibt es natürlich eine Sache. Und zwar in den allermeisten Fällen werdet ihr nicht mehr mit einem Passwort verbunden sein, sondern mit einem Key. Ihr habt dann lokal einen Schlüssel. Das habe ich in meiner Server-Einrichten-Playlist schon mal gezeigt. Die ist allerdings bis in die Jahre gekommen. Ich weiß, ich weiß. Und ich sollte sie wieder erneuern. Es tut mir sehr leid. Aber ihr könnt natürlich auch einen Schlüssel angeben. Und das wollen wir direkt hier unten drunter mal machen. Das heißt, with. Ah, übrigens, ihr könnt natürlich mehrere Known-Hosts in die Known-Host-Datei eintragen. Das ist klar. Okay, with. Naja, wir bauen eine neue Connection auf. Also pySftp.connection. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal irgendeine Connection. Ich kann hier leider nur ein Beispiel geben. Ich will euch nicht unsere echte Connection geben. Wie das Ganze funktioniert, habt ihr jetzt kennengelernt. Und zwar sagen wir einfach mal Host. Ja, sagen wir einfach Host dazu. Wir sagen Port ist gleich 22. Und wir sagen Username. Übrigens, den Port kann man auch weglassen. Der ist standardmäßig auf 22 gesetzt. Aber in manchen Fällen wird eben der Port geändert. Wir sagen Username ist gleich Morpheus. Und wir sagen nicht Passwort, sondern wir sagen Private Key. Verdammt. Private Key ist gleich. Und hier kommt jetzt der Pfad zu einem privaten Schlüssel. Das heißt sowas wie rc.users.mykey.brif oder sowas. Das wäre ein privater Schlüssel. Achtung, wichtig zu privaten Schlüsseln. Die darf man auf gar keinen Fall teilen. Also achtet darauf. Auch Passwörter übrigens nicht in irgendwelche GitHub Repositories pushen, bitte. Aber auf gar keinen Fall den Private Key irgendwo reinkopieren. Das ist absolut tragisch. Aus dem Grund, weil das eben so tragisch ist, hat man hier eben noch die Möglichkeit zusätzlich ein Passwort manchmal für seinen Private Key zu machen. Und das könnte ich hier auch angeben. Mit Private Key Pass ist gleich Passwort. Und damit seid ihr dann wieder in der Lage, euch auch auf Server zu verbinden, die einen Key von euch verlangen. Das ist ja eher häufiger mal der Fall, sage ich jetzt mal. Und dann könnt ihr auch wieder hier dieses List Dir machen. So, ich werde das jetzt mal ganz kurz alles einrichten und wir... Wow, wow, dankeschön PyCharm für nichts. Ich werde das jetzt mal kurz hier einrichten, sodass es auch hier eine Verbindung aufbaut. Und dann werde ich euch zeigen, dass es auch damit funktioniert. Ah, eine Sache fällt mir gerade noch zu den Known Hosts ein. Wenn ihr hier nicht rein zufällig eine Domain habt, also test.rebex.net zum Beispiel, sondern eine IP-Adresse, dann müsst ihr nicht... Das wird manchmal ein bisschen seltsam ausgegeben von SSH-Keyscan hier. Da wird manchmal die IP-Adresse in eckigen Klammern ausgegeben. Also sowas wie 1.2.3.4. Das wäre eine IP-Adresse, eckige Klammer zu und dann kommt hier hinten dran ein Doppelpunkt und dann kommt zum Beispiel der Port 456 oder sowas. Das braucht ihr alles nicht. Also ihr braucht weder den Port hinten dran, den geht ihr so oder so an, noch braucht ihr die eckige Klammer. Wenn ihr eins davon reinpackt, dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Deswegen hier bitte einfach nur die IP-Adresse, Leerzeichen, den Algorithmus, also zum Beispiel SSH-RSA und dann diesen Key Fingerprint hier. So und tata, wir haben es geschafft. Wir haben uns auch so auf eine Umgebung verbunden. Ich werde hier allerdings ein bisschen was zensieren müssen, glaube ich. Weil ansonsten, ja, es sind halt aktuelle Informationen dabei, die ich noch nicht veröffentlichen möchte. Ich werde mehr dazu bald sagen, aber aktuell kann ich euch noch nicht viel versprechen. Deswegen ist nicht so wichtig. Wir reden bald drüber. Okay, das soviel zu SFTP und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, gerne probiert das mal bei euch aus. Automatisiert damit eure Backups. Es ist wirklich eine Hilfe, wenn man nur ein Skript starten muss anstelle eines oder vielleicht sogar automatisch starten lässt, irgendwie als Cronjob oder sowas, als wenn man das wirklich von Hand die ganze Zeit selber machen muss. In dem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.